hallo meine lieben freunde der c64 joysticks jetzt habe ich mir gedacht in einem video zeige ich euch mal eine ganze reihe von spectra video und zwar haben wir jetzt hier die quickshots steht hier vorne auch drauf glaubt das steht auch hier drauf bei dem steht glaub ich unten drauf also wie gesagt von spectra video alle hier wie ihr so seht sind die quickshots und dieses modell gibt es einmal später noch von einem anderen hersteller da steht hier vorne dann sigma drauf in weiß ja gut aber wir bleiben jetzt mal bei diesen diesen hier das ist mein absoluter lieblings joystick ich weiß viele leute denken sich jetzt oh mein gott aber das hat halt einfach nostalgische gründe weil ich mit diesen beiden hier sage ich mal groß geworden bin und ja den habe ich schon mal extra behandelt in dem video das werde ich auch verlinken ich hoffe ich denke dran findet ihr bei mir ganz einfach der bibliothek unter den joysticks müsste einer der ersten sein das war das allererste modell von spectra video und hier möchte ich mal tatsächlich einen kleinen schwenk machen zu hintergrundinformationen denn das war der schweizer uhrmacher harry fox der in die usa ausgewandert ist und dort so einen computerbedarf laden aufgemacht hat und spectra video das kennt ihr auch die haben auch computer rausgebracht müsst ihr mal schauen ist eine richtig spannende geschichte normalerweise erzähle ich da nicht so viel hintergrundinformationen mir geht es hier jetzt wirklich nur um die joysticks und die technik aber da das hier absolut meine lieblings joysticks sind kann ich nicht anders okay den behandeln wir ganz kurz er hat halt zwei dauerfeuer saugknöpfe und im grunde ziemlich unspektakulär das langt eigentlich auch schon was der kann und den gab es in zwei varianten einmal mit federmetallzungen heißen die das ist halt so federstahl so kleine metallzungen werden wir jetzt auch gleich sehen und dann nochmal mit solchen die nennen sich im volksmund knackfröschen das sind auch so feder kontaktschalter das sind so so kleine plättchen die man auf druck knicken die ein ja also gibt es zwei varianten von könnt ihr in meinem video dazu sehen ich nehme den jetzt mal weg weil um den soll es eigentlich gar nicht zu sehr gehen denn das video wird lang genug weil wir schrauben ja auch mal die teile hier auf so als zweites kam dieser hier raus der sieht dann auch schon ein bisschen mehr so aus wie so ein flugzeug knüppel und ich sage euch auch ich kann euch sagen so aus meiner kindheit mit dem was sehr schwer zu spielen also ich weiß nicht also wer springt und so das ist also ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber ich finde halt einfach der sieht super toll aus und ja es ist halt bei mir eine menge nostalgie dieses modell hat auch saugknöpfe hier kann man noch sehen made in hongkong spectra video und ansonsten gab es ab diesem modell dann ein dauerfeuer kann man hier einschalten funktioniert auch wirklich ganz gut also ich benutze den ab und zu mal schon sehr gerne noch ihn gab es dann aber nur noch mit den metallen zungen schrauben wir jetzt mal auf und dann gehen wir weiter also diesen gab es dann noch mit den metallen zungen mal schauen wie gesagt das video wird es dann halt dementsprechend länger weil ich wollte jetzt hier nicht aufgeschraubten joystick einfach rumfliegen lassen und rüber rüber schieben ist mir dann doch ein bisschen viel los auf dem schreibtisch da hatte ich nämlich schon mal versucht ein video zu machen und dann ist mir hier alles um die ohren geflogen steckt noch ein bisschen fest bei den schrauben bin ich immer besonders vorsichtig weil ich möglichst die gewinde schonen möchte und auch beim zusammenschrauben später wieder wende ich dann immer den trick an dass ich erst mal nach links drehe die schraube bis es klack macht also quasi bis die schraube das gewinde gefunden hat na also jetzt ist da hier aber gleich was los und wenn dann die schraube das gewinde gefunden hat dann kann man ohne bedenken madonna dann nach rechts drehen weil dann hat es den gewinde gang und die schraube frisst sich nicht wieder ein zweiter gewinde gang hier sehen wir wie das ist da ist einfach so eine metallachse das sind die beiden feuerknöpfe mit verbunden und dann haben wir hier auch wieder aus federstahl so eine gebogene da hat eine sagen wir mal wie eine feder gemacht dass die halt immer wieder zurückgehen so ja hier sind diese plättchen diese sogenannten knackfrösche die sieht man hier noch als feuerknöpfe und die gibt es auch dann in der bewegungssteuerung also bei dem vorgängermodell bei diesen waren es dann die metall zungen die kriegt man übrigens heute noch zu kaufen muss man mal bei ebay schauen okay alles einfach kunststoff und die sind auch immer gerne kaputt gegangen wenn man es übertrieben hat weil ich kenne das noch aus meiner jugend wenn da mal was nicht funktioniert hat gerade so das super super nintendo controller der ist dann halt durchaus schon mal durch den raum geflogen wobei ich jetzt nicht ganz so der typ war der das oft gemacht hat also ich habe schon mal irgendwie vor mich auf dem boden geschmissen wenn ich dann einfach die faxen dicke hatte aber ich kenne leute die haben die einfach irgendwo gegen den schrank geschmissen und gegen die wand ja also die dinger waren immer möglichst belastet und auch bei so spielen wie summer games das erzähle ich auch immer wieder gerne also da habe ich den ein oder anderen auch schon verschlissen so wo hängt es denn jetzt noch da oben so schräubchen alle bitte einmal beisammen zusammenschrauben tuchen dann halt wieder später so die kriegt man hier noch durch das ist kein problem also auseinander bauen lässt der sich eigentlich ganz gut hier das sind die aufnahmen für die schrauben da habe ich ja im vorhergehenden video und trick gezeigt wir mit dübel hier die wieder reparieren könnte wenn die mal aufgeplatzt werden wir also auch kunststoff der der dauerfeuer knopf schalter ok dann müssen wir das jetzt erstmal so ein bisschen entvieren dass wir hier bis hier platz kriegen genau dann können wir das vorsichtig raus und hier sehen wir habe ich den habe ich bereits repariert diese diese federkontakt dinge ach den muss ich sogar wieder reparieren das habe ich nämlich angelötet da ist die lötstelle schon wieder ab da habe ich dann zwei übereinander gelötet weil bei einem also bei beiden grenzen hier jeweils eine zunge abgebrochen ist und ja und es funktioniert in etwa so wie wir hier sehen das wird dann runter gedrückt und schließt dann so kurz kommt das signal und hier habe ich halt eben bei diesen dingern aus 21 gemacht also das wird man so nicht mehr neu kriegen das wird da wird man nichts finden können wir hier noch das jahr sehen spektra video 1986 quickshot 2 genau das war der quickshot 2 okidoki ziemlich unspektakulär man sieht halt hier die 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 bahn und kann das alles nachvollziehen kann es dann auch durch klingeln im ernst fall wenn mal was nicht funktioniert ja hier ist es ein bisschen wirrer hier wurde auch sogar schon mal nachträglich ein paar bahn nachträglich gezogen irgendwie weil mal was kaputt war das war war nicht ich ich habe nur hier diese beiden dinger hier zusammen gelötet aber ich sehe da muss ich noch mal dran also ganz gut dass ich den offen hatte so hier haben wir quickshot 2 plus im grunde das gleiche gehäuse mit dem unterschied dass man jetzt hier vorne das hier komplett rausgenommen hat was hier vorher noch mit gegossen war und hat dann hier quasi das mit dem aufkleber ersetzt das ist also schon ein schöner trick und es günstig zu machen so hat man halt die form eigentlich gerettet hier ist der unterschied hier gab es dann schon erstmalig metall schalte pasagen mikroschalter man hört es dann auch im grunde ist es aber trotzdem alles noch dass der gleiche joystick hier haben wir auch gleich der dauerfeuer wir machen ihn auf spielt sich halt auch sehr ähnlich es sind halt nur die metall schalter die zeige ich euch jetzt gerne das sind halt mit dem leider die die man nicht mehr so einfach noch findet ich sage ja immer wieder ich bin dran aber bis jetzt habe ich da noch nichts gefunden also der ganze der ganze käse da ersatzteile zu finden ist halt wirklich ein problem sind auch die gleichen schrauben da gibt sich das nichts was man halt hier achten muss wenn man einen kauft was bei sich geht auf dem flohmarken kauft ein hört mal klickt er noch ja wenn er nicht mehr klickt könnt ihr eigentlich sicher sein dass die feder von dem schalter kaputt ist hier auch alles das gleiche hier wurde die feder festgeklebt damit ihr nicht hin und her rutscht warum auch immer bei dem anderen war das nicht so aber es ist halt alles das gleiche so und hier haben wir die mikroschalter hier habe ich ja auch schon ein paar mal vorgestellt deswegen gebe ich euch immer die empfehlung wenn ihr so ein joystick habt und er geht nicht mehr schmeißt nicht fort dann habt ihr wenigstens die mikroschalter die müsst ihr auch da nicht auslöten sondern ihr müsst eigentlich nur mit einer nadel versuchen die die feder hier rauszuholen und dann könnt ihr die feder tauschen weil der mikroschalter ist ja derselbe den muss man da definitiv nicht auslöten so made in china das andere war glaube ich hongkong gewesen also ich sage euch ich liebe diese teile von diesen kann ich nie genug haben also wenn ich die günstig sehe greife ich da immer zu dass ich habe nur leider halt die erfahrung gemacht dass dann die hälfte immer kaputt ist das ist halt einfach so gerade die version mit den metall zungen ist halt problematisch weil metall kannst du auch nicht unendlos also selbst auch wenn es feder stahl ist also da kannst du nicht unendlos hin und her biegen irgendwann bricht zahlt da hängt die platine noch am schalter gut hier wird es ein bisschen schwieriger die dinge dadurch zu schaffen auf lieber sieht halt schon ein bisschen toller aus glitzert auch so ein bisschen hier unten magisch okay hier ist dann die spannende technik sieht man jetzt von oben keine leiterbahnen mehr hier wie gesagt sind diese diese mikroschalter hier unten sieht man sie jetzt sieht man halt dass es eine andere revision ist das spektra video 102 plus nennt der sich in der version 4 also anscheinend gab es da schon vier versionen 1986 verkauft als quickshot 2 plus okay grüne platine hier sieht man halt auch schon wieder die technik hingegen die allerersten sage ich jetzt mal joysticks von atari die sehen ja dann auch so aus ungefähr wie hier mit dieser braunen platine und die war von 86 und das ist auch 86 ist auch 86 naja gut okay komisch aber das ist auf alle fälle der ältere okay gut da haben wir den jetzt aufgemacht den speich mir jetzt aufzumachen weil ich kann euch sagen dass es eins zu eins das gleiche innenleben also auch mit den mikroschaltern und hier hat hier hinten halt auch den feuerknopf und wir können noch umschalten in cpc 464 auch spektra video den hat man halt nur dann besser moderneres design gegeben damit sie sich auch immer wieder weiter verkaufen es ist halt problematisch hier mit diesen seitenteilen wenn man den einmal aufgeschraubt hat muss man die dann immer wieder einklinken und das ist wirklich ein bisschen kompliziert den muss man quasi dann so halten und über kopf wieder zusammenschrauben aber das ist so nervig das gebe ich mir jetzt nicht und wie gesagt der hat halt eben auch überall die gleichen feuerknöpfe sieht halt hier nur anders aus der meistverkaufte joystick kann ich euch sagen sind die dinger von spektra video wenn man alle zusammen nimmt und auch der meist kopierte ich leg den jetzt weg und zeigt euch mal eine kopie aus deutschland bilder hat den mal kopiert und zwar dieses modell da ist es ja auch so eine sache das ding in verpackung so wie ihr es jetzt hier seht kriegt ihr bei ebay zwischen 50 und 60 euro und das ist wirklich das ist wirklich das ist echter schrott das ist echter schrott ich meine wenn es spaß macht dem gönne ich das aber das ding ist wirklich so schlecht ich weiß nicht wie man das für 50 euro oder mehr verkaufen kann also ich weiß nicht was der geraucht hat oder lack gesoffen oder keine ahnung aber es gibt echt leute die tun das ding für 50 bis 60 euro verkaufen bloß weil da vielleicht die original packung dabei ist und hier sehen wir die katastrophe ich halt noch mal den original nebendran allein der größenunterschied schaut euch mal meine hand an im vergleich also ich kann den joystick hier den kann ich meinen kaninchen geben zum spielen das ist für die die optimale größe ich meine okay der ist süß ja und der hat innen drin auch solche mit metallplättchen die dann reagieren aber es ist der ist auch so schwergängig und keine ahnung ich bin ja normalerweise so ein heimlicher böder fan aber das ist echt zu viel des guten wurde sehr oft kopiert ja meine freunde jetzt habe ich hier schlachtfeld angerichtet da ich dann gleich nach dem video noch mal alles zusammenbauen und jetzt habt ihr die spannende technik von den spektra video joysticks gesehen ich finde es toll ich mag die joysticks ich kann euch nur empfehlen holt euch mindestens mal ein und schaut ihn euch an ist eigentlich schon ziemlich cool wenn ihr auch erfahrungen damit gemacht habt gerne in die kommentare und ansonsten würde ich sagen ich hoffe es hat euch spaß gemacht wir sehen uns beim nächsten video macht's gut ciao